Daher dachte ich, ich wäre durch. Aber Ayons gab mir was, woran ich glauben konnte. Den Fuß in die Tür zu kriegen ist eins. Man muss beweisen, dass man dazugehört. Ich bekam meine erste Chance zwei Monate später. Vor etwas über zwölf Stunden wurde der nigerianische Premierminister Samuel Abidoyo entführt, als er am internationalen Technologie-Gipfel in Lagos teilnahm. Wir vermuten, dass die KVA dahinter steckt. Eine anti-westliche Terrororganisation, gegründet von ehemaligen tschetschenischen Separatisten. Der Aufenthaltsort und die wahre Identität ihres Anführers, Codename Hades, sind unbekannt. Das Tatmotiv ist unklar, doch die Entführung fügt sich in eine Reihe von Aktionen der letzten Jahre ein, die der KVA zugeschrieben werden. Ihr Auftrag lautet, die Truppen der Gastgebernation unter Käpt'n Adjani zu verstärken und die sofortige Freilassung des Premiers zu erwirken. Diese Amateure denken, sie verstehen was von Geiselrettung. Wir zeigen Ihnen, wie es geht. Beeil dich, Kleiner. Eine Sekunde, ja, das... Das Sunking-Spink noch. Okay. Gut. Ziemlich faszinierend. Verlieb dich nicht ins Spielzeug. Es geht an den Soldaten, der es benutzt. Gideon, meine Männer sind in der Position. Wir starten auf Ihren Befehl. Verstanden. In fünf geht's los. Bring uns ja nicht um, Kleiner. Wir starten auf Ihren Befehl. Tue In der Ziehung Untertitelung des ZDF, 2020 Flugdrohne aktiv. Schicke dir die Übertragung. Ob sie. Jetzt ganz ruhig. Näher in uns Zielgebäude. Das ist ja mal geil, die kleine Fliege. Mehrere KVA-Einheiten. Südraum im ersten Stock. Noch haben wir nichts gefunden. Konferenzraum direkt voraus. Hier, da ist er. Da ist der Premierminister. Boss, guck doch mal, wer bei ihm ist. Schalten wir ihn aus. Der Premier hat oberste Priorität. Geboren zum Sterben. Manche Schuldig, manche Schuldig. Wahnsinn. Die Frage ist nur, wann und wie. Ihr Leben durch Gottes Gnade. Ihn zu tun bringt Ihnen gar nichts. Ganz im Gegenteil. Boah, shit. Es bringt sogar die sehr, die feel. Prophet, Sie haben eine Geisel umgebracht. Wir schlagen zu. Verstanden, Atlas 2, 1. Abschlussfreigabe erteilt. Deine Teams, Freigabe, Freigabe. Drei Minuten zur Linie Alpha. Die Zeit läuft. Wenn wir angreifen, töten Sie den Premierminister. Das tun Sie sowieso. Wir holen Ihnen lebend raus. Verbox nicht. Ja, will doch nicht. Auf gar keinen Fall. Momentchen mal. Ich bin zufrieden. Weg hier. Videoübertragung vom Kommando. Zeigen wir Ihnen, was Atlas kann. Die KVA hat diese Region schon für zu lange terrorisiert. Es gab Zeit für ein deutliches Zeichen. So sieht es aus. Ein Abschlag vom Premierminister und ich könnte die gesamte Region retten. Also holt den Leben draus. Stress frei. Stress? Was für ein Stress? Viel Glück. Abgeschlossen. Oh, ich würde sie gleich so umbemsen. Was geht's? Stoßen wir vor. Wir sind in Überlegung in jeder Hinsicht. Meine Männer sind in Position. Niemand feuert ohne Befehl. Verstanden. Na los. Ich mach nix. Gehen wir erstmal in richtig Position. Die Wand springen wir auf. Ah, fuck. Ich hab meine Bremse gar nicht. Shit. Magnetgriff an. Die Wand hoch. Na, endlich können wir die Dinger testen, die wir vorhin gesehen haben. Dann zeig mal, was du kannst. Um das Fenster herum. Deine Handschuhe werden daran nicht haften. Oh, wie laut. Aber ziemlich präzise. Ziemlich effektiv. Das ist die Hauptsache. Mitchell, Stummladung bereit machen. Boom. Die hören nichts mehr. Weg mit denen. Spreng auf. Runter. Und ich mache die so fertig. Das ist epic. Zeitlupe ohne Ende. Raum fucking sauber. Premierminister weg. Nee, doch noch nicht ganz. Wir müssen uns gehört haben. Mein Gott, die haben Zeug. Harmonischer Puls. Erfass die Biodichte durch so ziemlich jedes Material. Schnellt sie den Gegner aus und drücken sie die linke Maus, um an sich zu markieren. Du bist unser Auge. Die Aufklärung zeigt vier KVA-Mitglieder im Raum. Markier sie. Wir schalten sie gemeinsam aus. Auf dein Zeichen, Mitchell. Ziel bestätigt. Drei. Einer noch. Sie werden eine Geisel töten. Los geht's. Was? Das geht ja schnell. Nein, das ist ja... Erst mal finden. Fuck, das gibt's doch gar nicht. Die Feinde sind doch markiert. Sollen die schießen? Oder bin ich nur das Auge? Showtime. Alles klar, Mitchell. Du bist unser Auge. Ihr Aufklärung seid vier KVA-Mitglieder im Raum. Markier sie. Wir schalten sie gemeinsam aus. Auf dein Zeichen, Mitchell. Ziel bestätigt. Ist der das? Das ist doch keiner, oder? Ich sehe da nur zwei. Sie markieren. Sie werden eine Geisel töten. Ja, wer denn die behindert? Ich sehe da nur ein, zwei. Ja, ja. Showtime. Alles klar, Mitchell. Du bist unser Auge. Die Aufklärung zeigt vier KVA-Mitglieder im Raum. Markier sie. Wir schalten sie gemeinsam aus. Auf dein Zeichen, Mitchell. Ziel bestätigt. Feinde sind markiert. Auf dein Zeichen. Feuer. Geht doch. Alle Ziele erledigt. Rein hier. Atlas Rettungstruppe. Keine Bewegung. Sieht aus, als wäre Hades geflohen. Nicht unser Problem. Mitchell, den Premier sichern. Schon dabei. Alle Geiseln sind weg. Die Technologen des Treffens. Die KVA wollte sie, nicht uns. Jani. Was? Meine Männer haben sie in einem Truck gesichtet. Farbe. Äh, welche Farbe? Weiß. Position. Wo? Sie verlassen die Innenstadt. Okay, Bewegung. Team Alpha sichert die Sichtverbindung. So. Hier sind sie sicher. Danke, Soldat. Für das Erste. Ich wundere, dass die nichts gehört haben. War der Stummschalter immer noch so aktiv? 2-1. Wir haben Verkehrsüberwachungsaufzeichnungen eines weißen Trucks auf der Independence Road südwestlich. Roger. Roger, Roger. Oh, fuck. Oh, fuck. Was ist jetzt los? Oh, fuck. Was ist jetzt los? Auf dem Bus? Ich darf mich nicht hinter den Autos verstecken. Ganz fies. Auf dem Balkon. Oh, mein Gott. Gute Idee. Noch mehr Scharfschützen? Das ist ja keine Sau mehr. Fuck you. Oh, die Waffe haut rein. Schneller, schneller. Happy. Leib ja da. Das sind viele. Keine Stimme dabei. Der Rückstoß ist echt extrem. Aber den können wir verbessern. Oh, wie viele sind denn da? Oh, super. So, aber der kommt aber auch immer wieder aufs Neue. Endlich mal Terror. Wir können eine Abkürzung durch die Gassen nehmen. 2-1. Zieltruck ist in Bewegung. Halber Kilometer südlich. Hier durch. Verstanden. Wir kümmern uns drauf. Infanterie. Oh. Easy. Overdrive. Null Problem. Null Problem. Kann die nicht durch die Wand killen. Aber ich weiß, wo die sind. Oh, die Granaten müssen wir unbedingt öfters nutzen. Metzi nieder. Ah. Ist hier schlecht? Bereich gesichert. Oh, 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 oh. Keine Munition mehr. Was mache ich denn jetzt? Wechseln. Hä? Habe ich die schon aufgehoben gehabt? Ah, ich kann nur die... Ah, okay. Okay, alles klar. Hab die richtige. Nach rechts. Nach rechts. Boritz Gebäude. Boah, was ist das denn? Okay. Das ist eine komische Waffe. Holy fuck. Ich brauche eine andere. Was haben wir da? Was haben wir da? Was haben wir da? Blend. EMP. Noch eine Warn. Nur im Nachkampf effektiv. Warum stehen die schon alle hier? Konnte der das überleben? Unmöglich. Schon dabei. Ich brauche aber erstmal hier freie Sicht. Wie kann der Land am Bogen? Ich baller dich da runter, du Sack. Alles geklärt.